Hallo explaining Gleich eins auf Ahhhh ah 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 Hanifi Nicht meiner, wieso ich hier grade so total, ah! Äh, so... Pff, schweiner, das ist egal! Sorry, ah ah! Nicht mein Schuld! Shosti! Pff! Nicht... Nicht bei Problemen... Menschlich gesinnt, sämlich abstoßen... So, das wurde hinaus. Ja, wir sind letzten Part stehen geblieben. Und ich hab es rausgefunden, dass wenn man gerade alleine durch hat, ist ein Typ, den kann man noch ansprechen. Deswegen... Das ist raus. Ob dieser uns... Je mehr als weiter kommt, wenn ich hier mehr sehen kann. Nice. Ein ordentlicher Blick krieg ich. Er will... würde nicht haben. Da ist ein Ding. Ich habe ein Schösser, deswegen kann ich nicht hochgehen. Das ist ein Ding. Da ist ein Ding. Ich habe ein Schösser, deswegen kann ich nicht hochgehen. Ich glaube, es ist ganz klar. Ich schwöre euch. Ich muss jetzt irgendwie weiterkommen. Also vielleicht... Ich gehe weiter. Das ist ein Hülle. Mann. Das ist krass. Ich kann mal sehen. Moment. Naja, wir zwischenmalen jetzt mal rum hier. Ganz genau. Du siehst richtig. That's all Radio. Website-Radio, der deinen Rhythmus für die Musik dreht. Schauen wir auf die Startseite. Hier findest du hier die Akte... die aktuellen der Sendung. Hier unter der rechts hier, wo du hier die... der Sendung hier. Von hier die Modis hier sie kannst. Und die Hörerzahl. Und die Musik hier. Und der Künstler. auch hier am links der Ecke, findest du hier das... das Team-Speak, die du uns jederzeit... hier auch uns... uns in der Voice-Change... uns... auch uns sprechen kannst. auch quatscht. ein bisschen Spaß mit uns hast. uns... so... gewünscht mit uns kannst. denn wir... sind ja kein... wir sind ganz lieb. Okay. die du hier auch in der Team... hier Liste sie kannst. das sind die Team-Liste von allen... aus der... hier... der Inhaber... hier... Radio... Techniker... Modis... Gastmodis... und... vieles... noch davon... und mehr. Hier gibt's Informationen, die nur... will ich auch... als auch bewertet... die ich bei uns auch mitmachen kannst. als Monitor... oder als Gast... mit dabei sein. in der rechten Seite... eine Wunschbox... der derzeit... zwar... mehrmals gewürzt wird... aber... die wir gut... anwenden. diese Wann hier... ähm... die nächste Mal... wenn du die Sendung verpasst hast... kein Problem. denn... morgen geht's hier... bei uns... der Zeug... die... bühnelliche... da wird's zum einen... hier unser... 20... 22... unser Tweety-Line... mit QuickCait... mit... mit... meine Lieblingssauce... huh... 22... bis 24... Benutzer... Hansi Banner mit... Ludus zusammen... in einem Stream... in QuickBait... in zwei Sendethema... in eine... hier ist... doppel... doppeldreifache... Monatoren... hier richtig... die... Bühne... abrocknen... das... wird... spannend... ich schwör's euch... also... schaltet ein... du kannst auch... am besten... wenn... wenn du hier... gerne... uns mehr... kennenzulernen... du kannst... auf den Chat klicken... hier siehst du auch... wenn du angeklickt hast... dann gehst du... da wirst du dann... extra drin... du kannst auch... als Gast... oder dich so... als E-Mail... und blog dich ein... loggen lassen... in der... schädliche... laufe... mit deinen... hier... Leute aus der... Modi... Inhaber... und... vieles hier mehr... da drin... wird hier wissen... jetzt... gastlich zu... geschrieben... und... bisschen... kannst du jederzeit... hier schreiben... wann... und wo du willst... Apropos... noch eine kleine Merkung... noch... zumgleich... falls ihr... dies... dann... falls jetzt... hörerliche Player... nicht funktioniert... könnt ihr auch... äh... auch... so auch... richtig... in eine... radeliches... hier... auch... anhören... wie zum Beispiel... hier... Lautform... oder... rein... hören... dann könnt ihr das... reinig hören... und dann habt ihr... hier ist... wenn jetzt irgendwas... passiert... alles weitere... Informationen... Grundinfos... findest du... www.dentorradio.de... und... denk an nicht die Kaktus... immer wirklich jetzt... denk nicht bitte an die Kaktus... okay... tacks... und nun... jetzt wieder... zuwider... interessant... hm... vielleicht ist der Glück... übernicht hier gut abgelaufen... nö... wie soll... he he... nein... was... glaubt nicht... äh... was ich... hier zu euch sage... na na na... als Verschwörung... find ich nicht witzig... nein... natürlich... natürlich war das Spaß... ähm... he 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 he... kann es sein, dass du dumm bist... oder sowas? wie? äh... man... das Video geht ja... mit einem werflichen Clip los... und dann... mach ich den Wiedersinnungsdruck aus... ja... moin... ha... gay... geht's hier bei mir so... oder... ihr... ich... 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 ich komm nicht weit... komm ich jetzt bitte auch weit... danke... nö... ach... Sven... ha... ha... ja... was ich gut gesehen habe... ist ja... eine... fan... von der... unseren... hier auch dabei bin... schon seit... mehrere Monate... hier... mit den anderen... hier... ich bin schon jetzt hier... der... der etwas... äh... viel gekannt... hier sind angekommen... im ersten Mai... in meinen... kurzen Monat... mein... schuld... ja... deswegen... deswegen... wenn ich jetzt... noch ein... frühgucker... noch dazu... weil ich hier... die anderen sind... noch... so über... 30... hier... halt... aber... die sind ganz frisch... und... gar nicht... ja... und... charmant... ja... sexy... will ich jetzt... nicht... das geht doch nicht... aber... lustig sind die... und spaßlich kann man mit den... da... ja... also... 3... also... die Beschreibung... unter unserer Website... reinschauen... und... anhören... wäre... bitte auch gerne... cool... wenn ihr uns... anhört... dann können wir... etwas... bisschen mehr... erreichen... unser Webradio... deswegen... will ich euch... nicht... dass ihr es auch... auch... ansehen wollt... deswegen habe ich dieses jetzt auch... werblich... werblich ist... gemacht... ja... so verstehen... Euer Quali... ist... Kuckuck... her... Das war's für heute. Oh, nix. Oh, nix. Oh, schaui. Ich soll lange Zeit keinen Problem sehen, weil es gab wegen einer Bewegeschreibung konnte ich nicht wissen, wie ich weiterkomme. Na? Habe ich nicht weiter zu deswegen. Finde ich witzig. Er sagt das auch hier sogar im Video. Um das aufzuklemmen. Auch nicht. Ich muss das eine Bewe這是 mal aus Socialismusstellen. Das ist nur noch mehr. Was bist wer?! Okay, was ich nie hin di mindset? Was ist das? 1 ja sieben wenn es nicht weiter deswegen werde ich das den nächsten tagen gucken wie ich weiterkommen also das ist echt heute mensch mensch ja ich würde mal sagen das war's für heute mit diesem video wenn sogar darauf geben für mich alles mögliche und auch bitte in der tor radio auch mal ansehen vielleicht wenn ihr lust habt wer auf der linken oder auch jettlauch wasser oder was hier ist eure entscheidung wir bringen euch ein gutes day mit und geben euch Spaß ein so wie es gewohnt ist und das war's macht's gut bis zu den nächsten zwei wochen wieder tschaui ja ja ja